Und die anderen machen wir dann im Laufe der Zeit. Warum ist mein Twitch eigentlich mittlerweile auf Englisch? Ich habe keine Ahnung, warum mein Twitch plötzlich auf Englisch ist. Bestimmt Keksi heimlich umgestellt. Ich bin noch nicht gestorben heute in diesem Stream. Ja, Keksi war es. Ich wusste es doch. So. Ich bin ja unglaublich froh, dass dieses Pling-Pling nicht ganz so nervig ist wie in BOTW. Ich zeige euch Photoshop. So. Tiefer. Ja, tiefer. So. Ihr kennt sich ja Stropo, oder? Ich zeige euch Photoshop. Rumi, 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 Rumi. Ich suche einen Rumi. Jedoch war es nicht an mir, ihn zu finden. Jetzt bin ich wieder unten beim Schrein. Wow. Ich sehe aber die Geoglyphe. Ich meine, sind wir mal ehrlich. Die ist jetzt auch nicht unbedingt zu übersehen. Wir könnten aber auch Angelstedt befreien. Aber ich will noch nicht. Ich will noch nicht, Herr Kree. Ich muss immer noch gucken, ob wir hier irgendwo einen Höhlen-Eingang finden. Ich will noch mal gucken, ob wir hier irgendwo einen Höhlen-Eingang finden. Schade. Okay. Das erfordert jetzt ein bisschen mehr Suche. Außer ich stelle mich hier oben hin und gucke mir diese Geoglyphe mal an. Aber ich glaube, ich habe es schon gefunden. Ja, ich habe es gefunden. Das ging schneller als erwartet. Ich meine, theoretisch könnte der Höhlen-Eingang auch hier unten sein. Es könnte auch theoretisch ein Brunnen sein. Ich glaube, ich bin der Höhlen-Eingang. Ich bin der Höhlen-Eingang. Ich bin der Höhlen-Eingang. Ich bin der Höhlen-Eingang. Hola. Und... Das war's für heute. Gut, Zelda. Hier sollten wir ungestört sein. Du wolltest etwas mit mir besprechen. Worum geht es denn? Vielen Dank, oh Königin. Oh je. Sieht aus, als hättest du dich ein bisschen verkalkuliert. Aber sehr nett, dass du deine Maske fallen lässt. Ganondorfs kleine Marionette. Dachtest du wirklich, du könntest uns hinters Licht führen? Dachest du wirklich, du könntest es nicht mehr. Ich glaube, du musst dich renters Licht führen. Du könntest dich, du könntest. Genau. Königin Sonja! Nein, nein, nein! Das darf nicht sein! Königin Sonja! Was ein Huren! Ohne Spaß! Was für ein Huren! Boah! Uff! Ich meine, wir wussten ja, was passiert. Wir wussten, was mit ihr passiert. Wir wussten nur nicht, wie es passiert ist. Aber was für ein Pisser. Boah, bin ich jetzt sauer. Boah! Das hat mich gerade gebrochen. Ich sage es euch ehrlich, wie es ist. Das hat mich gerade gebrochen. Ohne Kapsel. Sorry. Hat mich gerade gebrochen. Ohne Kapsel. So, Freunde. Wir werden es jetzt tun. Wir werden es jetzt tun. Nichts werden wir tun. Aber jetzt werden wir es tun. Dann mal auf... Nach J-Werder. Vielleicht mit einem kleinen Zwischenstopp hier. Vielleicht nicht. Aber mein Bötchen ist auf jeden Fall ein Bötchen. Ein Boot ist ein Boot. Und egal, wo es auch stot. Was haben wir denn da über J-Werder? Da ist doch auch noch was. Da wollen wir auch auf jeden Fall noch hin. Aber zunächst einmal. Wie prepared sind wir? Na, geht so. Uff. Ja, wir haben einen Bandschrein in der Nähe. Wir wissen ja auch, wo er ist. Wir kommen nur noch nicht hin. Das will ich haben. Ich habe gehört, du bist tot. In der Nacht lässt sich J-Werder bestimmt viel besser... ...beackern. ...als tagsüber. Weil die Monster halt alle schlafen. Und ich mich auch anschleichen kann. Ah, wenn sie denn schlafen. Hm. Hm? 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 Oh, 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 oh. Au. Ähm, 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 ähm. Ach, danke, Sidon. So, Äpfel. Holzpfeile. Hier lebt noch was. Ach, bist du süß. So. Okay. Das hier haben wir schon mal. Ja, Stachelkugel haben wir jetzt zerbrochen. Das war nicht so clever. Aber. Wir haben das Ding hier. Und wir wissen ja, was es macht. Wir haben es nur noch nicht in Aktion gesehen. Moment mal, wir haben doch hier noch... Wir haben hier sicherlich noch Gegner. Die Monsterhorde auf dem Kukulit-Plateau. Au. Sag mal, geht's noch? Tschüss. Elektro-Exalfus-Lanze. Okay. Wir werden jetzt erst mal die Elektro-Lanze auswählen. Ich wollte ihm extra ausweichen, ne? So, wir haben die zweite Monsterhorde besiegt. Okay, wir müssten hier aber noch eine dritte Monsterhorde haben. Ich gehe stark davon aus. Die sollte dann hier drüben sein. Okay. Okay. Moin. Dafür nehmen wir ein schwächeres Schild. Ein schwächeres Schild. So, wir kümmern uns jetzt erst mal um dich. Nördlicher Toronga-Strand. Okay. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Aber das ist okay. Oh. Bist du tot? Das tut mir jetzt aber leid. Äh, scheiße. So, hier scheint aber eher noch irgendwas Fettes zu sein. Und ich rede jetzt nicht von dem Typen in der Camp. So. 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 Wie ist er tot? Zehn Donnerblumen. Und nö. Ich meine, wir haben doch jetzt alles besiegt, was es hier gibt. Gibt es keine? Gibt nichts für uns. Okay. Dann heißt es noch mal weiter rätseln, wie wir hier in dieser Höhle an den Schrein rankommen. Und das noch am besten ohne, dass uns Monster angreifen. Moment, war dieses Schiff schon die ganze Zeit hier? Oder bin ich gerade einfach in einer anderen Höhle drin? Nee, bin ich nicht. Nicht ins Wasser, bitte. Nee, das Schiff war definitiv nicht die ganze Zeit hier. So. Okay. Lass mich mal meine, mein Kraftfutter futtern. So. Bossbock ist tot. Au. Bossbock Herz, sehr schön. Down. With the sickness. Und irgendwas lebt noch? Moment mal, hier stand erst mal nehmen. Was kann ich hier denn nehmen? Ein Holzpfeil. So. Ich glaube, wir mussten tatsächlich erst mal alle Monster töten, damit dieses Schiff überhaupt erst hier ist. Ich glaube, wir mussten tatsächlich erst mal alle Monster töten, damit dieses Schiff überhaupt erst hier ist. Und das kann sein, dass das jetzt einfach nur Rau-U-Sägen ist. Oh, 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 noch ein Topaz. Oh, ist das gut. Oh, mein Arsch. Oh, ein Pfeile. Pfeile en masse gerade, die wir hier kriegen. Finde ich gut. Noch ein Röst-Schnapper. So. Oh. Ich habe da hinten ein paar Sachen markiert. Silberner Rubin. Nice. Das ist doch mal was. Rau-U-Sägen eventuell. Oh, Leute. Ich muss so pinkeln, ne? Ja, Rau-U-Sägen. Wuh. Majerina-Stein. Noch ein Rhodonit. Das ist doch mal was. Oh, wir haben J-Werde geschafft. Ui, ui, ui. Ein Segenslicht. Damit hätten wir wieder eins. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreißen, dreißen, dreißen. Wir haben 18 Herzen. Das heißt, es gibt anscheinend jetzt doch 40 statt 30. Oder das sind 30 nebeneinander. Aber ich glaube es nicht. Ich glaube, es sind insgesamt 40 Herzen, die wir bekommen können. Bis zu. Kind of. So. Die nächste Frage, die wir uns stellen müssen, ist... Wie? Wie kommen wir nach... Da oben? Eigentlich ist die Antwort ganz klar. So. Nein. Eigentlich ist die Antwort ganz klar. Uneigentlich ist das sehr hoch. Geht nicht. Kostet uns zu viel. Aber wir können uns jetzt jederzeit hierhin teleportieren. Also von daher... Hier könnten wir jetzt einfach von J-Werde wegfliegen. Da oben ist auch noch... Ne, das ist eine Wolke. Okay. Ja, ich meine, im Endeffekt brauchen wir jetzt eh erstmal wieder Kapseln. Ja. Im Endeffekt brauchen wir jetzt eh erstmal wieder Kapseln. So. So. Vor allem, weil ich... Ähm... Was ich hier falsch da angesetzt habe? So. Okay. Okay. Das hat dann wohl nicht funktioniert. Abgestürzt. Wie kommen wir nach ganz oben? Ja, wahrscheinlich dann mit... Ähm... Raketen. Und... Du bist doch safe ein Jäger, oder? Rückzug oder Risiko? Du bist kein Jäger. Aber mit dir rede ich nicht. Du bist scheiße. Uh. Hui. So. Hat er nicht gesagt, dass er aufs Klo muss? Hat er. Arena auf der einsamen Insel. Mhm. Ist jetzt erstmal nicht die größte Herausforderung. Ich hab hier in Pfeile. Oh, danke, Sidon. Ich hab hier in Pfeile. So. Oh ja, gib mir dein Sonanium. Au. Okay. Eine Lanze mit Soldatenlanze. Um die Gegner schön auf Abstand zu halten. Aua. 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 Ein messer, herein. Geh菜, hin. Anja. Okay. 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 Und... ... Ow белifier. but... ... Okay. So. Oh, ein Silberner. Das ist ein gutes Bild. Unser Ast ist zerbrochen. So. Vielen Dank. Oh mein Gott Da kommen einfach noch mehr Oh mein Gott Oh, ich bin fast tot Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh, den falschen anvisiert Okay Okay, ich hab nur noch drei Herzen Fuck Gut Einmal sind wir gestorben jetzt Ah, das ist aber auch schwer Ich hab lange durchgehalten gerade Ich hab wirklich lange durchgehalten Oh, es ist nur noch die letzte Es ist nur noch die letzte Ebene jetzt Wow Wow Das war gut 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 Der Oh mein Gott Der 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 Komm, jetzt aber, jetzt aber. Meine Waffentasche ist voll. Oh, 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 oh. Oh, ich hab's geschafft. Oh, ich bin nur einmal gestorben jetzt. Also, aber immerhin nur einmal. Immerhin nur einmal. What give it here? Sehr cool. Gut, Leute. Wir machen hier mal eine ganz kurze Pause. Ich bin gleich wieder. Ich bin gleich wieder. Vielen Dank.